Hallo Don-Gang! Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ich wünsche meine Don-Gang herzlich willkommen und alle, die meiner Don-Gang beitreten wollen, in Anführungszeichen. Ich hatte aufgerufen, Logos zu designen und da habe ich tatsächlich schon drei Entwürfe eingereicht bekommen und die möchte ich euch nachher zeigen, aber vorher möchte ich noch was anderes besprechen. Ihr habt jetzt noch drei Wochen Zeit, mir eure Logo-Entwürfe zukommen zu lassen, falls ihr da Ideen habt und wir kommen aber jetzt erstmal schnell zu einem anderen Thema. Ganz einfach, was habe ich vor mit der Don-Gang? Beziehungsweise was ist die Don-Gang? Ganz einfach, das hatte ich beim letzten Mal schon ein bisschen angedeutet, dass wir im Grunde Archivare sind, wie es Evermore betitelt hat und genau das machen wir auch. Wir versuchen Wissen zu sammeln. Okay, inwiefern machen wir das? Ganz einfach, dazu habe ich uns zwei Seiten rausgesucht. Make-upendium.de und apgmaker-mv.de. Dann mache ich mal kurz hier zwei Kreise oder so. So, Ellipsenwerkzeug. So. Äh. Und hier. Äh. Und dann haben wir zwei schöne Kreise, die das Ganze dann ein bisschen symbolisieren. Dann haben wir einmal Make-upendium. Ich hoffe, ich schreibe das jetzt richtig. Aber ich denke mal schon. Punkt.de, glaube ich. Oder? Genau. Punkt.de. Und wir haben apgmaker-mv.de. Diese beiden Seiten haben wir. Und wofür sind diese Seiten gut? Make-upendium. Dort will ich mit euch zusammen die Spiele-Datenbank, das Personenverzeichnis, die Szenechronik und so weiter und so fort mit euch füllen. Also ihr könnt hier alle möglichen Spiele eintragen, die ihr kennt, die mit dem APG-Maker gemacht sind und dazu Beiträge schreiben. Und dasselbe auch über das Personenverzeichnis. Dort könnt ihr alle möglichen APG-Maker, die ihr kennt, eintragen und darüber schreiben. Wie zum Beispiel hier dieser coole Typ hier, DonF204. Diesen Beitrag oder Artikel hat Akira geschrieben und dazu kommen wir dann später nochmal. Also bleibt bitte dran, es sind ein paar mehr Themen. Bitte dranbleiben und das Video bitte bis zu Ende angucken. So, wie gesagt, dort möchte ich quasi mit euch zusammen und allen, die hier schon die 620 Artikel geschrieben haben. Also, auf gut Deutsch, das ganze Make-upendium-Team. Und wir, ich würde sagen, dass wir versuchen halt möglichst diese Spiele-Datenbank und das Personenverzeichnis, die Szenechronik etc. pp. Dass wir das Ganze irgendwie versuchen zu füllen. Dass wir möglichst versuchen, alles festzuhalten, was es an Informationen gibt über die APG-Maker-Szene, über die deutsche. Gut, dann kommen wir zu RPG-Maker-MV.de. So, richtig. Dort haben wir unter Downloads die Spiele-Datenbank. Da könnt ihr eure Spiele hochladen. Und unter der Ressourcen-Datenbank könnt ihr eure Ressourcen hochladen. Also Audio, Grafiken, Plugins. Zum Beispiel hier ist mein Plugin schon drin. Das Voice-Acting-Plugin. Und bei der Spiele-Datenbank ist auch schon mein Flappy-MV drin. Tada! Ganz einfach. Wunderschön. Also ihr könnt das dort alles hochladen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch Fragen entweder hier im Forum direkt oder an mich wenden. Ich werde euch da sicherlich auch helfen können. Gut. Warum will ich das Ganze? Warum möchte ich, dass wir Makerpendium und RPG-Maker-MV.de mit Daten füllen? Ganz einfach. In der Zwischenzeit, wo ich inaktiv war und auch schon davor, also auch während meiner aktiven Zeit, sind viele Sachen verloren gegangen. Viele Ressourcen, viele Spiele, viele... alles mögliche halt. Also wirklich... Informationen sind verloren gegangen. Es gibt viele Spiele, über die weiß kaum noch jemand, dass sie jemals existiert haben. Geschweige denn, dass die noch jemand besitzt, die Spiele. Oder dass noch groß wirklich Informationen darüber erhältlich sind. Man kann sich wirklich nicht mehr wirklich informieren über diese Spiele. Und teilweise sind die komplett in Vergessenheit geraten. Na gut, man könnte jetzt denken, hm, ja, sei's drum. Ist halt so. Aber eigentlich ist das schon ziemlich traurig, finde ich persönlich. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir versuchen, die Spiele-Datenbank so weit wie möglich zu füllen. Ähm, und wenn wir versuchen, einen Datenaustausch auch zu machen, wenn ihr eure Spiele hier hochladet oder eure Ressourcen, was auch immer, dass ihr mir das irgendwie mitteilt oder ihr selbst euch hier eintragt oder jemand anderes euch hier einträgt und auch hinschreibt einfach, was ihr getan habt für die RPG-Maker-Szene. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Flappy-MV gemacht hättet, so wie ich jetzt beispielsweise. So, hier Flappy-MV. Das ladet ihr hier hoch und dann könnt ihr hier in die Spiele-Datenbank einfach einen Eintrag, Flappy-MV machen und, oder halt euer Spielname. Und dann ist das festgehalten, dass ihr das gemacht habt und, ähm, und wir haben auch die Möglichkeit, das alle runterzuladen. Und das ist doch schön, wenn wir versuchen, möglichst die Daten, die ihr hier hochladet, dann auch hier einzutragen. Und wenn ihr Daten hier findet, zum Beispiel über Angriff der Orks beispielsweise von Boros ist das Spiel scheinbar. Ähm, dann, ja, Ersteller Boros, genau. Ja, dann könnt ihr doch das Ganze dann hier eintragen, wenn das noch nicht eingetragen ist, kurz was dazu schreiben. Und das würde mich sehr, 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 sehr glücklich machen, das Ganze. Gut, soweit geklärt. Ich will auch auf jeden Fall auf Make-Up-Pendium, ähm, Artikel schreiben, aber momentan hakt das ein bisschen. Also, mein Artikel wäre wahrscheinlich schon fertig. Aber ich komme momentan nicht an die nötigen Informationen ran, die ich für meinen allerersten Artikel gerne hätte. Und dann muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege die nächsten Wochen. Ansonsten würde ich einen anderen Artikel schreiben und, also quasi den ersten Artikel dann abbrechen und dann einen anderen Artikel schreiben. Aber dazu ein andermal. Gut, ähm, und, ähm, dann möchte ich noch was sagen. Hier, DonF204 ist ja mittlerweile eingetragen. Haha, das ist sehr schön. Ähm, und kann ich das hier irgendwo, ähm, 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 Versionsgeschichte einsehen? Ja, genau. Magi Akira hat mich eingetragen, oder Magi Akira, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht, am 21. August 2019. Das ist also erst vor kurzem gewesen. Und ich möchte Magi Akira Danke sagen. Erstmal hier, hallo, danke. Und ich möchte euch bitten, dass ihr, weil Magi Akira streamt unter dem Namen Kotatsu Prinzessin auf Twitch, dass ihr heute mit mir zusammen, ich denke mal gegen um neun, könnte auch ein bisschen später oder eher werden, gegen um neun, bei Kotatsu Prinzessin auf Twitch vorbeischaut. Link wird in der Videobeschreibung sein. Und allemal schön, äh, Danke sagt und vielleicht auch mal den Stream verfolgt ein bisschen. Ihr müsst, ähm, ihr auch kein, äh, also ihr müsst ihr auch nicht folgen, wenn ihr das nicht möchtet. Und ihr müsst da jetzt auch nicht, ihr müsst sie auch nicht mögen. Aber mir zuliebe könnt ihr ja heute Abend mal online gehen und dann können wir hier auch schön im Chat, äh, uns ein bisschen unterhalten. Und auch mit ihr zusammen vielleicht. Und vielleicht wird das eine ganz lustige Runde. Also ich würde euch einladen, ähm, zu ihrem Stream. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann da seid. Heute Abend um neun, also in circa sechs Stunden. Ähm, aber wenn ihr das Video seht, wird's wahrscheinlich ein bisschen, ähm, weniger Zeit sein. Und ich bitte euch, kommt vorbei im Stream, chatet mit mir, chatet mit Kotatsu-Prinzessin. Mal gucken, was sie so streamen wird. Ähm, gestern hat sie Dragon Ball Advanced Adventure gespielt. Das konnte ich leider nicht mitverfolgen. Ähm, aber das ist nicht so schlimm. Heute werde ich auf jeden Fall da sein. Und wir wollen alle mal schön Danke sagen, dass sie mich eingetragen hat. Und sie hat mich auch, ähm, an das Make-Up-Pendium erinnert. Ich kannte die Seite bereits und hatte auch schon seit längerem Pläne, wie wir die Zähne irgendwie ein bisschen wieder festigen können. Und hatte das Make-Up-Pendium aber tatsächlich in der Zwischenzeit wieder vergessen. Weil das ist schon echt sechs Jahre her, dass ich da, äh, also in der RPG-Maker-Szene aktiv war. Und da habe ich das tatsächlich mehr oder weniger vergessen. Also ich wusste schon im Hinterkopf irgendwo, dass es da eine Seite gab. Aber ich habe echt den Namen vergessen. Ich habe es auch nicht so mit Namen, muss ich ehrlich sagen. Und naja, wie auch immer. Sie hat mich quasi auch daran erinnert, durch den Eintrag, also dass ich da jetzt drinstehe. Durch diesen Eintrag hat sie mich auch erinnert, dass es diese Seite gibt. Und eigentlich ist das eine tolle Sache. Und ich möchte mich diesem Projekt anschließen. Und ich hoffe, dass ihr euch auch diesem Projekt anschließt. Wie ihr euch anmeldet, ähm, steht hier nochmal. Also wie ihr euch registrieren könnt. Also bei neu hier, könnt ihr das Ganze dann, ähm, euch durchlesen. Weil es gab da Probleme mit Spambots. Und das ist ein bisschen komplizierter, euch da zu registrieren. Aber es hat alles funktioniert. Ich kann mich anmelden. Und, also das funktioniert auf jeden Fall. Gut, kommen wir zu den Logos. Auf jeden Fall. Ach ja, hier wollte ich eigentlich noch eine Grafik erstellen. Mit euch zusammen. Hm. Ach, lassen wir das. Ist egal. Ich will euch jetzt nicht nerven. Eigentlich wollte ich noch eine Grafik erstellen mit euch zusammen. Was wir vorhaben. Aber eigentlich habe ich es gut erklärt. Ohne Grafik. Wir brauchen die Grafik nicht unbedingt. Also was ich eigentlich machen möchte ist, ähm, so. Neue Ebene. Einfach ein... Äh. Upsala. Das war nicht so schön. Na, ich male gerade mit Maus. So. Einfach einen Datenaustausch. Hier ladet ihr eure Spiele hoch. Äh. Oh Gott. Das kriege ich mit Maus jetzt nicht hin. Tut mir leid, Leute. Ich schreibe es rein. Spiele. Und eure Ressourcen. Grafiken. Grafiken. Ähm. Sounds. Musik. Plugins. Etc. Also das ladet ihr alles bei, ähm, Makeapendium hoch. Oder wenn ihr Spiele von Freunden oder Bekannten habt, die dort vielleicht nicht angemeldet sind und sich vielleicht auch nicht anmelden wollen, dann könnt ihr ja mal fragen, ob ihr deren Spiele dort hochladen könnt. Also irgendwelche Bekannten, Freunde oder Spiele, auf die ihr irgendwo stoßt. Auf anderen Internetseiten. Dann könnt ihr ja mal dort anfragen, ob ihr das auf Makeapendium hochladen. Upsala. Falsche Seite. Haha. Ähm. Auf RPG-Maker-MV.de hochladen könnt. Und dann könnt ihr auch gleich einen Eintrag machen ins Spielverzeichnis. Spielverzeichnis. Und ins Personenverzeichnis. Personenverzeichnis. Also, wie das Spiel heißt und wer das Spiel gemacht hat und möglichst so viele Daten wie möglich einfügen. Es muss auch erstmal nicht so viel sein. Schreibt so viel, wie ihr wisst, wie ihr könnt. Vielleicht ergänzt das dann jemand anderes. So. Dann habe ich doch mal eine Grafik erstellt. Ähm. Also hier die Spiele hochladen, bitte, bei RPG-Maker-MV.de. Auch Spiele, die nicht von euch sind, solange ihr die Erlaubnis dafür habt. Und sie den Forenregeln natürlich nicht widersprechen. Also jetzt nicht irgendwelche pornografischen Inhalte oder lizenzrechtliche Probleme. Ähm. Dort hochladen. Und bei Makeapendium könnt ihr natürlich das Spielverzeichnis und das Personenverzeichnis dann daraufhin ergänzen. Oder es auch sein lassen. Vielleicht macht es ja jemand anderes. Gut. Habe ich doch mal eine schöne Grafik erstellt. Kommen wir jetzt weiter zu den Logos. Ich würde es ja möglichst kurz halten und euch jetzt nicht lange nerven. So. Kommen wir zu den Logos. Ähm. Das erste. Also ich habe das jetzt nicht in der Reihenfolge, wie sie mir gezeigt wurden. Ich habe jetzt einfach eine beliebe Reihenfolge gewählt. Ähm. Das erste ist, was ich euch zeigen möchte, ist das hier. Ganz einfach. Ähm. Das hier ist mein altes, ähm. Mein altes Profilbild auf YouTube von vor über sechs Jahren. Ähm. Ähm. Und viele kennen mich unter diesem Bild. Und da meinte Pegismo oder Peggy, wie er auch genannt wird, ob ich nicht das als Don Gang Logo nehmen soll und ob ich, oder nehmen kann. Und vielleicht noch ein bisschen überarbeiten. Das könnte ich noch tun. Auf jeden Fall. Und einfach dann mit einem Text daneben, darüber, da drunter. Ähm. Einfach Don Gang schreiben. Ähm. Ja. Habe ich gemacht. Also überarbeitet habe ich das Bild noch nicht. Das könnte ich noch machen. Aber, ja. Wie gefällt euch die Idee? Schreibt es mal in die Kommentare. Mein altes Profilbild. Ich kann euch jetzt mal kurz sagen, wie ich das Ganze finde. Ich finde, rein vom Prinzip her, hat es definitiv. Ähm. Ein Kontext, der gegeben ist. Also man kann erkennen, ähm, anhand des Logos, dass es sich dabei um die Don Gang handelt, weil es halt mein Profilbild ist, mein altes. Aber gleichzeitig muss ich sagen, A, kennt niemand mein altes Profilbild, würde ich sagen. Also nicht wirklich. Und B, würde ich auch sagen, dass es zu personenbezogen wäre. Also zu sehr auf mich persönlich und nicht auf die Don Gang, also nicht auf die Gruppierung bezogen ist. Also auf die Gruppierung der Archivare. Man könnte auch hinschreiben, Don Gang. Oh Gott, jetzt werde ich es voll verkacken. Don Gang, ein bisschen kleiner die Schrift, definitiv. Vielleicht 12. Hm. Warum konnte ich das jetzt nicht auf 12 ändern? Jetzt aber. Oder? Ja. Ah. 12 ist ein bisschen klein. Machen wir mal 20. So. Gucken wir mal. Ah. Die Gang der Archivare. Bisschen falsch geschrieben. Könnte man zum Beispiel auch schreiben jetzt als Beispiel. Ein bisschen größer vielleicht. So. Und dann vielleicht noch ein bisschen. So. Und dann ein bisschen kleiner noch das E-Look noch ein bisschen raus hier. Ups. Noch mal hins vielleicht kleiner. So. 30. Oh, dann ist es wieder zu klein. Ja. Ist egal. So ungefähr. Man könnte auch Don Gang die Gang der Archivare schreiben. Egal. Ihr versteht, worauf das Logo dann hinausläuft. Ist eine interessante Idee. Auf jeden Fall. Gerade alte, eingesessene RPG Maker XP Hasen werden vielleicht das Bild erkennen. Aber wie gesagt, es ist vielleicht zu sehr auf mich bezogen und nicht auf die Gang der Archivare. Gut. Kommen wir zum nächsten. Achso. Ja. Von Pegistmo wäre der Beitrag. Will ich nur noch mal am Ende sagen, dass es nicht vergessen wird. Der Beitrag war von... Oh Gott. Jetzt lasst mich überlegen. Oder ich prüfe das mal kurz. Ich prüfe das kurz. Ich, ich, ich. Ähm. Typewolf war das, glaube ich. Ich will aber jetzt nicht lügen. Typewolf. Genau. Alles richtig. Okay. Gut. Typewolf. Der Beitrag ist von Typewolf. Don Gang. Er hat, ähm, einen Mond als Logo gewählt. Und halt den Schriftzug Don Gang. Fand ich eigentlich gar nicht mal so uninteressant auf jeden Fall. Der Mond als, quasi als Lichtpunkt, Lichtpunkt in der Dunkelheit. Der quasi, ähm, alles erhält und über allem steht und alles beobachtet. Im Grunde mehr oder weniger. Ist eigentlich eine gute Idee. Und hat auch einen leichten Bezug auf jeden Fall zur Sache. Oder definitiv. Man kann das quasi so sehen, dass halt wirklich wir, ähm, versuchen die RPG-Maker-Szene zu beleuchten. Und, oder zumindest, äh, ein wenig zu beleuchten. Und das Ganze zu archivieren. Keine schlechte Idee. Gefällt mir an sich. Hat leider keinen Gaming-Bezug. Das ist halt ein bisschen schade. Hat aber das erste Jahr auch nicht wirklich. Hat ja auch keinen Gaming-Bezug. An sich eine tolle Idee. Ich würde vielleicht noch ein bisschen die Kraterlandschaft auf dem Mond ein bisschen noch, ähm, feiner ausarbeiten. Aber an sich finde ich, dass es keine schlechte Idee ist. Gefällt mir wirklich. Wie ihr das, ähm, den Entwurf von Typewolf findet, könnt ihr, äh, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Also schreibt, was ihr toll findet, was ihr nicht so toll findet. Alles Mögliche zu allen drei Entwürfen bitte. Und dann kommen wir zum letzten von Calastelio. Das ist wirklich cool geworden. Hat definitiv Gaming-Bezug. Durch den, durch die Maus, das, äh, Smartphone, den Controller und die Tastatur. Was ich auch sehr cool finde, sind die, äh, Scanlines. Und dass das Ganze in Pixel-Grafik gehalten ist. Das finde ich wirklich sehr, sehr nice. Also es ist ein bisschen sehr klein, das Ganze. Aber man kann das ja auch über die, ähm, 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 Bildgröße. Und Pixel-Wiederholung könnte man das jetzt auch einfach mal 5. Einfach auch größer machen. Und das ist wirklich sehr cool. Und, und das ist auch skalierbar. Also das sieht wirklich, skaliert auch wunderschön aus. Das Ganze. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das Logo fand ich. Hat Gaming-Bezug. Ob das jetzt Bezug zur Don-Gang hat, ist wieder dahingestellt. Also da könnte jetzt in der Mitte auch wirklich alles mögliche andere stehen. Sei dahingestellt. Also da wäre dann der Defizit, dass es vielleicht keinen Bezug direkt zur Don-Gang hat. Aber es hat definitiv Gaming-Bezug. Auch wie gesagt durch die Scanlines. Und durch die, ähm, Eingabemöglichkeiten. Und gerade mit dem RPG Maker MV. Man kann ja wirklich, ähm, die Spiele mit Controller spielen, mit Maus spielen, mit Tastatur spielen. Und am Smartphone per Touchscreen spielen. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also das hat vom Prinzip her wirklich auch mit dem RPG Maker was zu tun, mehr oder weniger. Tolle Idee. Gefällt mir definitiv. Und wie gesagt, ist auf jeden Fall skalierbar. Also ich habe das jetzt um, ähm, also um das Fünffache vergrößert. Und es sieht einfach immer noch bombastisch gut aus. Also es ist durch Pixel-Wiederholung, weil es halt mehr oder weniger gepixelt ist, wirklich skalierbar und sehr schön. Gefällt mir. Ähm, mir gefallen aber alle drei Entwürfe tatsächlich. Hier könnte man vielleicht nochmal an der Schrift ein bisschen was machen. Das habe ich jetzt nur, ähm, jetzt auf die Schnelle eingefügt. Und definitiv das Logo, also das eigentliche Bild nochmal überarbeiten. Das war auch Pigismus-Vorschlag halt, dass ich das Bild halt nochmal neu male. Gut. Und hier würde ich vielleicht die Kraterlandschaft noch ein bisschen deutlicher machen. Aber ansonsten finde ich alle drei Entwürfe sehr, sehr gut. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wie ihr Kalastelius-Entwurf findet. Also auf gut Deutsch, wie ihr alle drei findet. Und welchen ihr vielleicht am besten findet bis jetzt. Und ihr könnt natürlich immer noch selbst welche einreichen über die Social Network oder Social Media Links in der Videobeschreibung. Oder, ähm, einfach als Download-Link, das hat Kalastelio gemacht, in die Kommentare einfach rein. Er hat das in die Dropbox hochgeladen und hat es als Kommentar unter das letzte Video gepostet als Download-Link. Und dann habe ich das runtergeladen und ihr seht das Ergebnis. Kalastelio hat es über, ähm, ähm, die Kommentare einfach gemacht. Genau. Und die anderen beiden haben das über die Social Media Sachen aus der Videobeschreibung gemacht. Also wie ihr mir das zukommen lasst, ist eigentlich relativ egal. Gut. Ähm, das war's. Soweit zu den Logos. Ihr habt noch drei Wochen Zeit. Ab jetzt. Mehr oder weniger. Es sei denn, ihr guckt das Video ein bisschen später. Aber in drei Wochen, der Sonntag, wäre dann Sense. Dann würde ich eine Auswertung machen mit euch zusammen. Und wir stimmen dann alle gemeinsam ab, welches das beste Logo für uns ist. Für uns alle zusammen. Gut. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Entwürfe. Ansonsten entscheiden wir uns zwischen den dreien. Auch kein Thema. Vielleicht mache ich auch noch einen Entwurf. Mal schauen. Gut. Gut. Ja, haben wir das auch erklärt. Wie gesagt, meldet euch bei Makeupendium an. Und bei RPGmaker-mv.de. Werdet dort ein bisschen aktiv. Macht was. Und ich bitte euch darum, die Zähne irgendwo ein bisschen zu dokumentieren. Die RPGmaker-Zähne. Und ja, mal schauen, was ihr alles macht. Das wäre momentan meine Idee. Ihr könnt auch gerne selber Ideen einreichen, wie wir das Ganze irgendwo dokumentieren können. Am besten. Und wie wir das Ganze dann hinbekommen. Also meinen Plan zu verfolgen, die RPGmaker-Zähne weiter zu dokumentieren. Ja, haben wir das auch geklärt. Und heute Abend nicht vergessen, Kotatsu-Prinzessin auf Twitch. Sie streamt auch eigentlich jeden Abend. Also wenn ihr heute keine Zeit habt, sondern vielleicht erst morgen oder so, dann bin ich vielleicht nicht da. Aber ihr könnt ja trotzdem mal zu Kotatsu-Prinzessin gehen und Hallo sagen. In meinem Namen. Die Don-Gang unterstützt natürlich Kotatsu-Prinzessin. Und das werden wir auch weiterhin tun. Immerhin schreibt sie auch Make-A-Pendium-Artikel. Reihenweise. Also wirklich richtig, richtig, richtig viele. Und das muss gewürdigt werden von uns. Und da sage ich auch nochmal. Wirklich, das muss wirklich gelobt werden. Also kommt heute oder irgendwann anders in den Stream. Guckt rein. Sagt Hallo. Chattet kurz mit ihr. Und schaut, was sie macht. Also was sie spielt. Guckt ein bisschen zu. Sie wird sich bestimmt freuen. Gut. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu lange genervt. Ja. Wie gesagt, meldet euch an. Kommt heute zum Stream. Alles in der Videobeschreibung. Alle möglichen Links. Und bewertet bitte mal innerhalb der Kommentare die Logos, die eingereicht wurden. Und ihr könnt ja auch Änderungswünsche. Also wenn ihr sagt jetzt zum Beispiel, ich finde das ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt, das Logo von Calastelio. Aber das und das würde ich vielleicht noch ändern. Als Beispiel. Oder dasselbe halt mit den beiden Logos. Genau dasselbe. Gut. Haben wir das geklärt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Und ihr seid alle herzlich willkommen in der Don Gang. Die Gang der Archivare. Okay. Spaß beiseite. Zum 327. Mal. Tschüsseli. 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 Vielen Dank.